Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Die Carryboy Deutschland GmbH & Co. KG ist Ihr Spezialist für Pick-up-Zubehör. Ob funktionales Hardtop oder sichere Laderaumabdeckung, das Krefelder Unternehmen hält ein erstklassiges Sortiment für Sie bereit. Neben hochwertigem Pick-up-Zubehör finden Sie hier zudem Aufbauten für Feuerwehr, Polizei und Werkstattfahrzeuge, Wohnwagen und Wohnmobile sowie Flottenfahrzeuge. Exklusive Koffer und Festaufbauten für Lastkraftwagen nach Kundenwünschen runden das Angebot ab. Carryboy überzeugt mit einer Vielzahl an hilfreichen Produkten, einer umfassenden Beratung und einem Top-Service. Durch große Fachkompetenz und 1A-Qualität ist dem Betrieb der Durchbruch in einem Nischenmarkt gelungen. Die Kunden schätzen vor allem das technische Know-how und die langjährige Erfahrung des sympathischen Teams. Auch von der Firmen-TV-Redaktion gibt es eine klare Empfehlung. Carryboy – Ihre Ladefläche, Ihr Wunsch, unsere Mission.